Grüezi, Jacqui. Tag. Saubere, Farras. Kirsch. Bitte. Noch einen. Wo ist das Telefon? Da. Kantonspolizei. Bitte, Herr Dr. Matthei. Es ist trinkend, sehr trinkend. Dr. Matthei, er ist Jacqui. Sie kennen mich, Herr Dr. Wo sind Sie jetzt? Bleiben Sie im Löwen. Ich komme so schnell wie möglich. Hallo, und trinken Sie nicht. Ihr Flugschein nach Amman, Sie fliegen über Athen. Abflug übermorgen, ab Kloten, zwölf Uhr vierzig. Danke. Wo sehr ich mich für Sie freue, für mich freue ich mich überhaupt nicht. Mir wird ein dummes Gesicht auch fehlen. Alarmiere den Foto und den Erkennungsdienst, Leutnant Henzi und den Gerichtsmediziner. Wahrscheinlich Mord in Mägendorf. Sofort. Und meinen Regenmantel. Leutnant Henzi, bitte sofort Kriminalalarm auslösen. Alles alarmiert. Telefoniere mit dem Polizeiposten Mägendorf. Kantonspolizei. Mägendorf ist am Apparat. Polizeigefreiter Kunz. Frag ihn, ob es in Mägendorf regnet. Ob es regnet? Frag ihn. Oberleuner Matheles fragen, ob es in Mägendorf regnet. Es regnet. Wolkenbruch. Schweinerei. Kunz, hier ist Matthei. Hören Sie zu, tun Sie genau, was ich Ihnen sage. Gehen Sie in den Löwen. Dort finden Sie einen Hausierer, Jacques. Vielleicht kennen Sie ihn. Sprechen Sie nicht mit ihm und lassen Sie andere auch nicht ran. In einer halben Stunde bin ich da. Was hast du denn wieder gemacht? Nicht mit ihm sprechen. Sie können nicht weg. Ich verstehe nur sehen, ob Dr. Matthei schon kommt, Herr Polizist. Der wird schon kommen. Setzen Sie sich wieder. Herr Doktor, zufällig. Ich bin ganz zufällig. Zeig Sie ein. So, nun zeigen Sie uns, was Sie im Wald gefunden haben. Hier. Ein Polizist blickt nie weg, wie er. Fotografiert auch das Kleidchen. Sofällig. Ganz sofällig bin ich vorbeigekommen. Schick die Kinder fort. Absperren. Den ganzen Sektor hier absperren. Es fehlt weitergeben. Kunst. Kennen Sie dieses Mädchen? Ich habe es schon im Dorf gesehen. Jemand will Sie sprechen, Herr Oberleutnant. Sie ist der Lehrer. Sofällig bin ich vorbeigekommen. Bringen Sie den Mann her. Jawohl, Herr Kommissar. Nun, Herr Doktor. Ein sehr scharfes Messer. Vermutlich ein Rasiermesser. Such noch einmal in die Büsch. Und dort unter der Fange. Bei den Knöpfen nachgesehen? Tringeabdrücke. Aussichtslos hängt Sie nach diesem Wolkenbuch. Mein Gott, mein Gott. Kennen Sie dieses Mädchen? Das Krieg Lemoser. Wo wohnen die Eltern? In Riepach. Weit von hier? Eine Viertelstunde. Ging das Kind zu Ihnen in die Schule? Zu Fröller Krumm, in die zweite Klasse. Haben Mosers noch weitere Kinder? Der Hitler war das Einzige. Jemand muss es den Eltern sagen. Halten Sie mich nicht für feige, aber ich möchte es lieber nicht tun. Schon gut, Herr Lehrer. Ich kann es nicht. Na, dann muss ich es mal wieder selber machen. Was wünschen Sie? Oberleutnant Matthe von der Kantonspolizei. Herr Moser? Wer bin ich? Was wollen Sie? Haben Sie Gretli irgendwo hingeschickt? Zu Ihrer Großmutter in Pferden? Ist Gretli was geschehen? Ging Gretli diesen Weg öfters? Jeden Mittwoch und Samstag Nachmittag. Warum? Was ist geschehen? Gretli ist im Wald bei Mägendorf tot aufgefunden worden. Gretli ist ermordet worden. Das ist ja nicht möglich. Solche Teufel kann es dort nicht geben. Es gibt solche Teufel, Herr Moser. Ich muss zu meinem Kind. Es ist besser, wenn Sie jetzt nicht zu Ihrem Gretli gehen. Warum ist es besser? Morgen Abend können Sie Gretli sehen. Das Kind wird aussehen dann, wie wenn es schliefe. Wer ist der Mörder? Das werden wir schon herausfinden, Frau Moser. Versprechen Sie mir das? Ja, Frau Moser. Bei Ihrer Seligkeit. Ich verspreche es, Frau Moser. Mäler! Sauhund! Diese Bestie! Dieses Ungeheuer! Leg den Kerl heraus! Also räumt das Lokal, bitte! Hol ihn! Was wollen Sie da? Auf meine Leute schießen! Lasst euch nicht provozieren! Ich sage euch zum letzten Mal, ihr sollt das Lokal räumen! Sind Sie der Gemeindepräsident? Jawohl, dann bin ich. Sorgen Sie für unseren freien Abzug. Um dem Kerl da zu helfen, fällt mir nicht ein. Dann werde ich Sie verantwortlich machen, Herr Gemeindepräsident. Mich wollen Sie verantwortlich machen. Denn hausieren da sollen Sie verantwortlich machen. Jawohl! Soll ich um Verstärkung teilnehmen? Zu spät. Schack, hier ist der Marder! Ich habe ihn gesehen! Es war sonst niemand im Tal! Jetzt ist Schluss damit! Wir holen den Kerl raus! Männer! Hört zu! Wir sind bereit, den Hausierer herauszugeben. Wir verstehen euch. Wir sind auch entsetzt. Viele von uns haben auch Kinder. Ein Mann, der so etwas getan hat, ist ein Ungeheuer. Das unschädlich gemacht werden muss. Wenn ihr mir beweist, dass Jacques jeder Täter ist, könnt ihr ihn haben. Wie ist dieser Verdacht überhaupt entstanden? Ich habe ihn im Tal gesehen! Den ganzen Mittag hat er sich dort herumgetrieben! Kommen Sie auf! Wie heißen Sie? Ich bin der Benz, Heiri. Was wollen Sie von mir? Sie haben den Hausierer Jacques hier im Tal beobachtet. Wen haben Sie sonst gesehen? Niemand! Seit wann waren Sie im Tal? Seit 10 Uhr! Habe Kartoffeln gesteckt! Und sonst haben Sie niemand beobachtet? Niemand! Kannst du beschwören! Hey, Benz! Um zwei bin ich doch an deinem Kartoffelacker vorbeigekommen! Dich auch! Und ich mit dem Vorwerk, Benz! Aber du schuftest ja immer wie ein Verrückter! Du Geizhals! Merkwürdig! Sind also noch andere an Benz vorbeigegangen, ohne bemerkt zu werden! Na, da wollen wir die auch gleich mit Totschlagen, die drei, was? Alle, die im Tal waren! Und dich auch! Habt ihr sonst noch etwas gegen den Hausierer vorzubringen? Einen anderen Beweis seiner Schuld? Wenn sich später herausstellt, dass er unschuldig ist, dann hättet ihr einen Totschlag begangen. Überlasst ihn uns! Ich glaube, wir machen das besser! Es stehen uns auch andere Mittel zur Verfügung, um die Wahrheit herauszufinden. Tot wäre ich jetzt! Ohne Sie wäre ich jetzt tot, Herr Doktor! Gebt ihm eine Zigarette! Ich bin unschuldig! Ich bin wirklich unschuldig! Niemand glaubt mir! Sie auch nicht! Unsinn! Herr Kuschmann! Tut mir leid, Matei, dass Sie sich an Ihrem letzten Tag mit einer so schrecklichen Affäre abgeben müssen! Unser Beruf! Wen? Übergeben wir den Fall am besten? Ich denke, Henzi! Henzi! Hat er genügend Erfahrung? Die letzten drei Jahre hat er mit mir gearbeitet! Er kennt sein Metier! Vielleicht zu wenig Instinkt noch, aber es kommt schon mit der Zeit! Schade, dass Sie uns gerade jetzt verlassen! Jeder ist zu ersetzen! Henzi! Sie solle reinkommen! Sie rauchen ja nicht! Treuen Sie sich auf Ihren neuen Posten da unten in der Wüste! Die Polizei werden Sie dort großartig reorganisieren! Und zu den Arabern passen Sie irgendwie besser als zu uns Zürfern! Die scheinen auch so eigenwilliger Kerler wie Sie zu sein! Deswegen habe ich Sie auch angenommen! Wie lange läuft Ihr Vertrag? Fünf Jahre! Kommandant! Nehmen Sie Platz! Rauchen Sie eine Zigarre? Danke, Kommandant! Ich rauche lieber Zigaretten! Fragen Sie, was den Mörder anbelangt! Bestimmte Vermutungen? Die Tat wurde mit einem Rasiermesser verübt! Auf die gleiche Weise wurde vor fünf Jahren im Kanton St. Gallen und vor zwei Jahren im Kanton Schwied sein Mädchen ermordet! Es dürfte sich um den gleichen Mörder handeln! Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass der Täter aus Megendorf stammt! Was glauben Sie, Matej? Ich bin auf dieser Meinung! Bilden Sie das Mordbüro und halten Sie mich auf dem Laufenden! Ich übergebe Ihnen den Fall! Danke, Kommandant! Bei Ihnen müssen Sie sich bedanken! Was ordnen Sie nun an, Hansi? Ich würde von allen diesen Personen, die wegen Unzucht vorbestraft sind, ein Alibi verlangen, Kommandant! Das scheint mir das naheliegendste! Die Großverhandlung ist bereits eingeladen! Ich wollte mich so eilig sein, dass man mich ausgerechnet im Theater hier! Entschuldigung! Kantonspolizei! Schon wieder! Sie wollen also wissen, was ich gestern den ganzen Tag gemacht habe? Nein! Was Sie heute gemacht haben! Heute! Ich stehe zur Verfügung! Wenn Sie mit mir allein sprechen möchten? Ich bleibe bei meinem Mann! Und ich soll jetzt alle diese Wäsche durchsuchen? Ich soll einen Blutfleck finden? Was geht das mich an, wenn ein Halunke den anderen tötet? Ein Kind wurde getötet! Ein achtjähriges Mädchen! Na? Was gefunden? Ich habe mir doch gedacht, dass Sie noch hinauskommen würden, Doktor! Man kann es nicht lassen! Feller! Zeig mal dem, Herr Doktor, was wir gefunden haben! Der Kamm gehört Schakier! Sicher! Die Bauern hielten den Haus ihrer für den Mörder! Was meinen Sie, Herr Doktor? Vielleicht haben die Bauern recht gehabt! Sie sind ja selbst vom Land, Henzi! Da müssen Sie natürlich den Bauern recht geben! Leute vom Dorf schon vernommen? Nichts? Nichts! Jetzt kriege ich eine Schule! Kommen Sie mit, Herr Doktor! Fräulein Krumm, Götland Henzi von der Kantonspolizei! Sie sind die Lehrerin von Gretli Moser? Ja! Grüß Gott, Kinder! Grüß Gott! Schön, habt Ihr das Lied gesungen! Jürgen, ich habe den Choral für Gretlis Beerdigung! Die unteren Stimmen sind noch nicht in Ordnung! Was war es denn für ein Kind des Gretli? Wie er liebt denn es alle? Seine Intelligenz? Es war ein fantasievolles Kind! Ich wollte einige Fragen an die Kinder richten! Bitte! Ihr habt gehört, was den Gretli Moser zugestoßen ist! Ich bin von der Polizei! Ich will nun zu Euch nicht wie zu Kindern, sondern wie zu Erwachsenen reden! Ein Mann, ein schlechter Mann hat das Gretli getötet! Es gibt solche schlechten Männer! Sie locken die Kinder in ein Versteck, in einen Wald, in einen Keller oder in ein Auto! Was es auch immer für verborgene Orte gibt! Und manchmal verletzt ein solcher Mann ein Kind so schwer, dass es dann sterben muss! So ist es auch dem Gretli ergangen! Wir müssen die Männer, die so etwas tun, deswegen einsperren! Ihr werdet nun fragen, warum wir sie nicht einsperren, bevor es zu einem Unglück kommt! Wir können dies nicht tun, weil es kein Mittel gibt, diese Menschen zu erkennen! Man sieht sie ihnen nicht an! Gib daher nur eins! Folgt nie einem Unbekannten! Geht nie mit einem Menschen, den ihr nicht kennt! Jetzt müsst ihr mir helfen! Wir müssen den Mann finden, der das Gretli getötet hat! Hört mal zu! Hat das Gretli in letzter Zeit erzählt, ein fremder Mann habe es angesprochen? Hat das Gretli in letzter Zeit irgendetwas besessen, was es bisher nicht besaß? Wer war Gretlis beste Freundin? Ich! Wie heißt sie denn? Ursula Fehlmann! Du bist also Gretlis Freundin gewesen, Ursula Fehlmann! Wir saßen zusammen! Du musst lauter sprechen! Ist dir auch nichts aufgefallen? Nein! Gretli hat niemand getroffen! Doch schon jemand! Ja, wen denn? Ja, willst du nicht antworten? Ein Riesen! Ein Riesen! Ursula, du darfst die Polizei nicht anlügen! Ich lüge nicht! Gretli war beim Riesen! Gretli muss erzählen dir gerne Märchen! Es war kein Märchen! Gretli hat einen Riesen getroffen in Wirklichkeit! Du willst sagen, sie ist einem großen Mann begegnet? Nein, mein Vater ist auch ein großer Mann, aber kein Riesen! Ja, wie groß war der denn? Wie ein Berg und ganz schwarz! Gretli sagte, es sei ein Igelriese und er hat Gretli Igel geschenkt! Igel? Ja, kleine Igel! Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte, Ursula! Aber ich glaube, dass das doch ein Märchen ist! Nein, es ist kein Märchen! Gretli hat doch ein Bild gemacht! Ja, Gretli zeichnete oft Märchen, es war ein poetisches Glück! Nun möchte ich aber doch den Choral zu Ende üben! Die Kinder singen noch ungenügend! Ja, das ist ja auch wohl alles für den Augenblick! Auf Wiedersehen, Ursula! Und bitte sei nicht böse! Sie hat mich aber nie angelogen! Auch wenn es ein Märchen ist, hat sie dich nicht angelogen! An Märchen muss man immer glauben! Besonders wenn man so jung ist wie du! Auf Wiedersehen, Kinder! Auf Wiedersehen! Es war doch kein Märchen! Da wird nur Henzi hausen! Jawohl, Chef! Das Schild habe ich auch angepackt! Nur wenig Wasser brauchen die! Die Schreibmaschine Weber und die paar Bücher bei mir zu Hause gehören dir! Ich weiß gar nicht, was aus mir werden soll, wenn sie weg sind! Was ist das hier? Jackiers Hose, kommt von der Benzedin-Probe zurück! Der Bericht liegt drin! Der Kerl will immer noch nicht gestehen! Wer will immer noch nicht gestehen? Der Hausierer! Dauerverhör? Schon seit zwei Stunden! Du hast dich also am Waldrand bequem hingelagert und dein Mittagessen eingenommen? Jawohl, Herr Kommissär! Sonst hast du aber doch eigentlich immer im Löwen gegessen, wenn du nach Meggendorf gekommen bist! Jawohl, Herr Kommissär! Warum gestern nicht? Weil ich vom Briefträger gefahren habe! Meggendorf hat einen neuen Polizisten! Herr Kommissär, da fürchtete ich mich! Meine Papiere waren nicht in Ordnung! Genau, Herr Neuer! Polizist! Von mir fürchtest du dich auch? Jawohl, Herr Kommissär! Und deshalb wolltest du nicht ins Dorf! Jawohl, Herr Kommissär! Und so konntest du dich ruhig hinlegen und auf das Mädchen warten! Sie meinen! Du hast auf das Mädchen gewartet! Ich habe nicht auf das Mädchen gewartet! Ich habe es nicht getan! Ich habe es nicht getan! Du hast erzählt, du seist nach dem Mittagessen in den Wald gegangen, um nach Zürich zurückzukehren! Da wollte ich die Abkürzung nehmen wegen dem Regen! Und dabei bist du auf die Leiche gestoßen? Ja! Und du hast die Leiche nicht berührt? Nein! Wir haben dir deine Kleider weggenommen, Jacquet, und dir andere dafür gegeben! Kannst du dir denken, weshalb? Ich weiß nicht, Herr Kommissär! Um eine Benzidin-Probe vorzunehmen! Weißt du, was das ist, eine Benzidin-Probe? Eine chemische Probe, um Blutspuren festzustellen! Wir haben an deiner Hose Blut festgestellt, Jacquet, es stammt vom Mädchen! Weil ich über die Leiche gestolpert bin! Das war schrecklich! Warum hast du es verschwiegen? Und dann bist du ins Dorf gerannt, um uns zu alarmieren! Jawohl, Herr Kommissär! Etwa 80 Meter vom Tatort entfernt bist du mit einem Korb in einem Schledorn geraten! Jawohl! Merkwürdig ist nur, dass dieser Schledorn genau in der entgegengesetzten Richtung liegt! Wir haben in ihm einen Kamm aus deinem Hausiererkorb gefunden! Du bist also nicht nach Mägendorf gerannt, sondern in den Wald hinein! In meinem Stadt habe ich mich vielleicht verirrt! Verirrt? Ein paar Schritte vom Wald an entfernt? Das scheint auch sehr unwahrscheinlich zu sein! Alles ist unwahrscheinlich! Man könnte aber auch eine andere Erklärung geben! Nachdem er das Mädchen getötet hat, ist er davon gerannt! Und ist in den Schledorn gerannt! Da ist ihm eingefallen, dass ihn der Briefträger schon gesehen hat und dass er sich nicht unbemerkt wegschämen kann! Darauf hast du beschlossen, doch nach Mägendorf hinunter zu gehen und die Sache selber zu melden, um so den Unschuldigen zu spielen! Ich habe aber das Mädchen nicht gesehen! Ich habe es nicht getan! Ich bin kein Mörder! Glauben Sie mir doch! Reg dich doch nicht auf! Wir wollen dich nicht quälen! Wir sind nur bemüht, die Wahrheit zu finden! Willst du Kaffee? Ja, danke! Sag mal! Du verkaufst doch so allerlei Sachen, nicht wahr? Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, Rasiercreme, Rasierklingen, welche Marke? Schillette! Was verkaufst du noch? Küchenmesser! Was noch? Rasiermesser! Das Mädchen wurde mit einem Rasiermesser getötet! Du schweigst! Als Hausierer kommst du in viele Gegenden, nicht wahr? Ja! War deine abgelaufene Bewilligung auch für den Kanton schweizgültig? Ja! Auf deiner Verkaufszug kommst du manchmal auch in den Kanton St. Gallen? Schon lange nicht mehr! Vor zwei Jahren? Ich weiß nicht, schon möglich! Da hat man nämlich vor zwei Jahren auch ein Mädchen mit einem Rasiermesser getötet! Und vor fünf Jahren, im Kanton schweiz! Jacquet, Sie haben die Tat begangen! Wie ein Wahnsinnsanfall ist es über Sie gekommen! Und als Sie wieder zu sich kamen, sind Sie maßlos erschrocken! Sie liefen nach Meggendorf, weil Sie sich stellen wollten, aber Sie haben den Mut verloren! Den Mut zum Geständnis! Diesen Mut müssen Sie nun wieder finden, Jacquet! Und wir wollen Ihnen dabei helfen! Ich kann doch nicht etwas zu geben! Das ist die Stadt! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich muss mich noch umziehen für heute Abend, da haben wir doch Ihr Abschiedsfest! Ja? Ja, Doktor? Ich danke Ihnen, Herr Doktor! Bericht vom Gerichtsmedizinischen Institut im Magen des Kindes hat man Schokoladereste gefunden! Und in deiner Tasche hat man auch noch eine halbe Tafel Linschokolade gefunden, Jacquet! Doktor Mattei! Ich bin unschuldig! Bei uns aus der Kantine zwei Abendessen! So wollen wir ehrlich sein, auch in dieser Stunde des Abschieds, in der wir ja am meisten Gefahr laufen, zu lügen! Ich gehe fort und bin nicht sicher, ob ich wiederkommen werde, denn ich will mich an irgendeiner Weltecke niederlassen, mit besseren klimatischen Verhältnissen! Aber ich möchte nicht von Ihnen scheiden, ohne die Befürchtung ausgesprochen zu haben, dass unsere Welt vielleicht ein bisschen zu perfekt geworden ist! So perfekt, dass wir uns bald selber nicht mehr nötig haben! Alles ist organisiert, läuft zum Besten und sogar die Verantwortung ist uns abgenommen! Liegt sie doch in dem immer dichter gewobenen Netz der Gesetze, Statuten und Paragraphen! Das macht etwas traurig, denn so ist wirklich ein jeder von uns auswechselbar geworden und hinterlässt keine Lücke mehr, wenn er scheidet! Auch ich nicht! Entschuldigen Sie mir, meine Damen und Herren, diesen leicht melancholischen Abgang, aber ich war Ihnen das schuldig, denn Sie müssen ja schließlich hierbleiben! Der Keller hat mich angerufen, ich muss dringend zurück! Er hat noch nicht gestanden, aber er will Sie sprechen, er fragt nach Ihnen! Können Sie nicht mitkommen, Doktor? Vielleicht gelingt es Ihnen ein Gestündnis, aus Ihrem alten Bekannten herauszuholen! Das können Sie doch nicht, das findet er nur für Sie statt! Ob ich da bin oder nicht, merkt auch kein Mensch! Aber Sie kommen doch zurück! Das halte ich für sehr unwahrscheinlich! Sie verkennen Ihre Situation, Jacques! Was kann Ihnen schon geschehen? Sie sind doch krank! Na, ich weiß nicht, eine Krankheit mit Fieber und so! Aber Sie gehören Ihnen einer Anstalt, wo man Sie zu heilen versucht! Oder glauben Sie, dass es weiter so gehen kann? Glauben Sie, dass Sie weiter frei herumlaufen können, um nach ein, zwei, drei Jahren eine neue Attacke zu erleben? Und ein anderes Mädchen zu ermorden? Soll ich etwa ein, zwei, drei Jahre warten, bis der Mörder ein anderes Mädchen getötet hat? Damit Sie mir glauben, dass ich unschuldig bin! Ich muss Sie sprechen, Herr Doktor! Sie allein, bitte! Sie allein! Also dann, raus mit uns! Na, was ist los? Nur Sie können mir helfen, Herr Doktor! Nur Sie! Nur ich? Ich finde es ein bisschen merkwürdig von Ihnen, Jacques, dass Sie sich ausgerechnet an mich wenden! Denn immerhin haben Sie mir eine Gefängnisstrafe von drei Monaten zu verdanken! Im vergangenen Jahr! Ja, deswegen! Sie haben die Wahrheit gefunden, trotzdem ich Sie angelogen hatte! Ich könnte Sie nicht betrügen! Sie wussten, dass ich der Dieb war! Und auch jetzt! Sie, Herr Doktor! Nur Sie werden die Wahrheit finden können! Sonst bin ich verloren! Ich glaube, der Mann ist unschuldig! Unschuldig? Wieso? Ich habe vom ersten Augenblick an nicht recht geglaubt, dass der Mann der Mörder ist! Was er sagt und wie er es sagt, seine Reaktion, ist kein Mörder! Und jetzt, was wünschen Sie, dass ich tun soll, Herr Oberlündern? Das Verhör abbrechen, den Mann in Freiheit setzen, trotz aller Widersprüche und Lügen? Ich habe das Gefühl, rein persönlich. Doktor Maté, das ist das erste Mal, dass ich das Wort rein persönlich von Ihnen höre. Aber ich weiß, was ich zu tun habe, Doktor. Ich habe meinen Beruf ja bei Ihnen gelernt. Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! Sie oft noch Ihnen, doch Sie gewohnen! Ich bin unschuldig! Schauen Sie mir an! Morgen, Chef! Wie sehen Sie aus? Ja, spät geworden. Aber es hat sich gelohnt. Wieso? Jackie hat gestanden. Ein ausführliches Geständnis? Ja, noch im schnallen Einzelhacken. Dazu kommen wir heute. Fahren wir noch ins Büro. Was sagen Sie zu Henzi? Der Mann hat sich in seinem ersten selbstständigen Fall großartig bewährt. Ich möchte Sie nicht enttäuschen, Kommandant, aber ich glaube, der Hausierer wird heute noch sein Geständnis widerrufen. Möglich. Dann werden wir ihm eben noch einmal zureden. Der Hausierer hat sich erhängt. Der Hausierer hat sich erhängt. Der Mann ist tot. Damit wäre der Fall Gretli Moser erledigt. Lassen Sie von sich hören, Doktor. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Es scheint, die Bauern sind doch nicht so dumm. Jetzt wird lange verhandelt und der Hausierer wird jahrelang auf Staatskosten gefüttert. Das hätten die Bauern Ihnen ersparen können. Der Mann hat sich heute früh erhängt. Schön. Und was suchen Sie noch hier? Dann ist doch der Fall für die Polizei erledigt. Ich bin privat hierher gekommen. Privat? Dann muss ich Sie bitten, das Schulzimmer zu verlassen. Sonst werde ich Sie zur Verantwortung ziehen. Aufgrund einer Kinderzeichnung halten Sie diese Trüffel für die Igel. Und deswegen haben Sie Ihren Vertrag gebrochen und sind nicht nach Jordanien geflogen. Herr Kommandant, ich bitte Sie, mir den Fall Gretli Moser noch einmal zu übergeben. Wie stellen Sie sich das vor? Sie sind ja nicht mehr bei uns, Herr Doktor Maté. Wenn wir Sie wieder einstellen, würde das bedeuten, dass wir Ihren Vertragsbruch billigen. Dann habe ich eine andere Bitte an Sie, Kommandant. Nehmen Sie von sich aus den Fall Gretli Moser wieder auf. Maté, Ihren Trüffeln stehen so schwerwiegende Indizien gegenüber, dass ich es als einen reinen Dilettantismus bezeichnen muss, nicht an die Schuld des Hausierers zu glauben. Herr Kommandant, auf dem Flugplatz waren Kinder. Nun? Falls ich recht habe, läuft der Mörder frei herum und diese Kinder sind in Gefahr. Kinder sind ihm in Gefahr, Maté. In Deutschland zählt man schon mehr als 15.000 Sittlichkeitsdelikte im Jahr an Kindern. Aber Kommandant, es geht doch hier nicht um Statistik. Falls ich recht habe, wird eines Tages ein anderes Kind ermordet. Fals, Maté. Aber dieses Fals ist so unwahrscheinlich, dass es uns zu einer weiteren Untersuchung nicht berechtigt. Ich könnte dies dem Staat gegenüber nicht verantworten. Dann werde ich den Fall persönlich wieder aufnehmen. Das ist doch sinnlos. Sie sind übermüdet, nervös. Nehmen Sie ein paar Wochen Urlaub. Ich bin sicher, dass Sie dann die Dinge anders sehen werden. Lassen Sie die Hände von dieser unglückseligen Angelegenheit. Der Fall Gretli Moser ist erledigt. Ich werde den Mörder finden. Wie Sie wollen. Das ist Ihre Privatangelegenheit geworden. Von der Polizei können Sie keine Hilfe erwarten. Ich weiß. Nehmen Sie Ihre Trüffel mit. Grüß dich, Hans. Grüß Gott, Jorge. Setz dich. Danke. Rauchst du? Nicht in der Praxis. Aber du raufst auf einmal. Feiert? Nein, danke. Bemühe dich nicht. Nervös? Ein wenig. Mit dem Schlaf steht es auch nicht zum Besten. Sag mal, dich hat wohl der Kommandant angerufen? Ja. Was hat er gesagt? Er hat mir angedeutet, dass du überarbeitet bist und hat mich gebeten, dir zu helfen, soweit es möglich ist. Finde ich eigentlich sehr nett von ihm. Aber deswegen bin ich nicht gekommen. Noch nicht. Du kennst den Fall Gretli Moser? Was ich in der Zeitung gelesen habe. Ich glaube, dass Gretli ihren Mörder gezeichnet hat. Du glaubst nicht, dass der Ausierer der Täter ist? Nein. Warum hat sich der arme Teufel dann erhängt? Weil er alt war. Keine Kraft zum Leben. Einsam. Verloren. Was weiß ich. Und was möchtest du von mir? Ich besitze nichts als diese Kinderzeichnung. Sie ist die einzige Spur, die ich verfolgen kann. Aber ich bin wie ein Laie vor einem Röntgenbild. Ich verstehe diese Zeichnung nicht zu deuten. Du bist ein Psychiater. Was kann deine Wissenschaft über den Mörder Gretli Mosers aus dieser Zeichnung herauslesen? Das will ich von dir wissen. Fantasie und Realität vermischen sich. Einiges auf dieser Zeichnung ist real. Der große Mann, das Auto, das Mädchen. Anders wirkt wie verschlüsselt. Die Igel, von denen du behauptest, ist ein Trüffel. Der Käfer, oder was ist das? Ein Tier mit Hörnern. Und der Kasperle. Der kommt mir besonders absurd vor. Sprich von dem Riesen. Großmassig steht er da. Nach dem Aussehen durchaus möglich. Robust, zur Gewalt neigend. Und gegenüber Frauen? In der Wildnis ganz komplex und so weiter. Interessant ist auch das Datum der Zeichnung. Eine Woche vor dem Mord. Gretli muss ihrem Mörder wenigstens einmal vor der Tat begegnet sein. Eigenartig, dass es dann seine Begegnung in Form eines Märchens erzählt. Weshalb? Kinder tun nie etwas ohne Grund. Wahrscheinlich hat ihm der große schwarze Mann verboten, von ihrer geheimnisvollen Zusammenkunft zu erzählen. Und das arme kleine Ding gehorchte. Es erzählte ein Märchen anstatt die Wahrheit. Das ist teuflisch. Wurde das Mädchen vergewaltigt? Nein. Dann hat der Täter wohl aus einem Hassgefühl gegenüber den Frauen gehandelt. Der Täter wollte sich durch diese Morde an den Frauen rächen. Ein Mädchen ist doch keine Frau, Robert. Aber kann bei diesen Menschen eine Frau ersetzen? Weil der Mörder sich nicht an Frauen wagt, wagt er sich an kleine Mädchen. Er tötet sie anstelle der Frau. Er wird sich fast immer an den gleichen Typ von Mädchen heranmachen. Ich bin beinahe sicher, dass seine Opfer sich alle gleichen. Das stimmt. Ich habe die Fotos gesehen. Die Mädchen, die vor Jahren im St. Gallischen und im Kanton Schwyz getötet worden sind, waren der gleiche Typ. Fast ähnelten sie sich. Die Angezeichnete ist Gretli Moser. Der muss es grausen. Was kannst du mir noch vom Mörder erzählen? Braucht unter Umständen verdammt wenig, Hans. Bei bestimmten seelischen Voraussetzungen. Etwas geändert auf Stoffwechsel. Einige degenerierte Zellen und der Mensch ist ein Tier. Es sind kranke Menschen. Für euch Ärzte sind sie krank, Robert. Für uns sind es Verbrecher, die wir unschädlich machen müssen. Rache, sagtest du. Und der Grund seiner Rache? Vielleicht sexuelle Konflikte. Vielleicht wird der Mann von seiner Frau unterdrückt oder ausgebeutet. Vielleicht ist seine Frau reich und er arm. Vielleicht nimmt sie eine sozial höhere Stellung ein als er. Das Absurdeste ist möglich zwischen Mann und Frau. Besteht die Gefahr neuer Morde weiter? Leider. Der Widerstand gegen die Besenden Affekten wird immer geringer. Und die Abstände zwischen den Morden werden immer kürzer. Was geht in ihm vor? Nach der Tat Erleichterung. Doch bald wird sich neuer Hass ansammeln. Dann wird er allmählich wieder mit seinem Wagen herumfahren und ein neues Opfer suchen. Und wenn er es gefunden hat, wird er sich wieder anfreunden. Bis es dann eben aufs Neue geschehen. Noch etwas. Nach meinen Erfahrungen ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch keine kleinen Kinder hat. Weil er sonst keine derartigen Verbrechen begehen könnte. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe. Ich danke dir. Ich habe auf einmal das Gefühl, dass ich diesen Mann kenne. Und wie willst du ihn finden? Ich werde noch viel darüber nachdenken müssen. Bei einem normalen Mord führen die Motive zu den Verdächtigen. Wer hat Nutzen, wer ist ein Feind, wer ist eifersüchtig und so weiter. Alles führt zu einer Spur. Aber bei einem Mord, den niemanden Nutzen bringen kann, der da schlägt zu und verschwindet spurlos. Hans, verrenn dich in diese Idee nicht, dass er nicht zur Besessenheit wird. Sonst kommst du eines Tages wieder zu mir, als Patient. Überleg dir einmal Folgendes. Vielleicht existiert der Riese nur in der Fantasie der armen Ridley. Und du jagst hinter jemanden her, den es gar nicht gibt. Das muss mir vorläufig genügen, Robert, dass es diesen Menschen geben könnte. Was hast du wieder? Nichts. Schönes Wetter. Ja, hast du auch schon bemerkt. Willst du natürlich wieder bummeln. Bummeln? Du schickst mich doch nach Zürich, ist doch dein Geschäft. Nach Zürich sind es zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Im Depot hast du dich überhaupt nicht aufzuhalten. Aber jedes Mal bleibst du den ganzen Tag weg. Herumfahren, Benzin verschwenden, Geld ausgeben und nichts Nützliches tun. Nachts sperrt sich der Herr ein und spielt den Kranken. Bin ich krank? Fühl mich gut. Bin noch nie. Da hat die Familie gewohnt. Nach dem Mäut sind sie weggezogen. Seitdem steht das Haus leer. Niemand wieder wohnen. Fünf Jahre ist es schon her. Wo ist es passiert? Gleich da hinten, wo der Weg in den Wald hineinführt. Im Wald. Immer im Wald. Und da ist die Straße. Da. Da hat sie gelegen, das arme Ding. So nahe der Straße. Es war Sommer, alles war grün. Da konnten sie nicht durchsehen, so wie jetzt. Es war das schrecklichste Verbrechen im Kanton St. Gallen seit 25 Jahren. Nahe der Landstraße. In allen drei Fällen. Danke. Adieu. Drei Tatorte. Alle liegen in der gleichen Richtung. Der Mörder fährt auf dieser einen Straße. Wohin führt denn diese Straße? Nach Graubünden. Ein Steinbock. Nur Autos aus Graubünden haben einen Steinbock auf dem Nummernschild. Das könnte ein Steinbock sein. Kinder, kommt mal her. Hm? Kommt her. Wie heißt du? Rudli. Und du? Peter. Könnt ihr zeichnen? Ja, es kommt drauf an was. Peter kann Flugzeuge zeichnen. Ich möchte aber, dass ihr einen Steinbock zeichnet. Da seht man da oben, da ist einer. Im Wappen von Graubünden. Da ist ein Steinbock. Den könnt ihr mir doch zeichnen. Hm? Sehr gut, Kinder. Wenn sie gesagt hätten, es sei ein Ameisen. Ich hätte es auch geglaubt. Kommt. Guten Tag. Füllen. Was haben Sie mit dem Messer vor? Zum Schutz? Zum Kartoffelschälen. Haben Sie denn niemanden, der Ihnen hilft? Wer soll schon arme Italiener helfen? Leute. Und das auch nix. Und Klima. Alle Wagen fahren vorbei, fahren nach Suden, nach Italien. Ich möchte gern zurück, aber kann ich nicht. 2,50. Ist gut. Danke. Sagen Sie, das ist doch hier die einzige Verbindungsstraße zwischen Graubünden und Zürich. Wenn genug denen liegt, wo soll es eine zweite Berge wechseln links? Ich bin doch immer da. Ja, sehr. Kann ich mich setzen? Prego. Ich möchte geschäftlich mit Ihnen sprechen. Ich kaufe nix. Hören Sie zu. Sie wollen doch nach Italien. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich miete die Garage für drei Monate. Drei Monate? Unmesia Brindisi, poi dalla Ziemma, poi da Zio Riccardo, unmesia Napoli. Aber billig ist es nicht. Wie viel? Bei... 3.000. 2.500! 2.000! 1.500! 1.500! 1.000! 1.500! 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 gefangen? Klar, eine Esche, zurückgeschmissen. Mich interessieren nur Forellen. Na, dann würde ich doch eine Forelle fangen. Sie haben wohl keinen Dunst vom Fischen. Merkt man das? Sehen Sie mal her, rot. Was fängt man damit? Weiß ich nicht. Zum Beispiel einen Aalbock kann man damit fangen, weil er ein Vegetarier ist. Und eine Forelle? Eine Forelle ist ein Raubfisch. Einen Raubfisch kann man nur mit etwas Lebendigem fangen. Mit einer Mücke? Mit einem Wurm? Oder mit einem kleinen Fisch? Was haben Sie denn? Das Kind da. Ich kannte mal ein Mädchen, das genau so aussah. Grüß Gott. Wer bist du denn? Anna-Marie. Wie alt bist du? Ich bin schon sieben. Dann gehst du schon in die Schule? Natürlich, in die erste Klasse. Bist du ein Doktor? Warum? Bist auch Anna-Marie. Ja, da hast du recht. Anna-Marie sollte wirklich zum Doktor gehen. Das tut nämlich weh, so was. Wo wohnst du? Da mit Mami. Mit Mami und Papi? Keinem Papi. Ist deine Mami zu Hause? Nein. Sie wird auch nicht vor sechs zurückkommen. Ich suche jemanden, der mir behilflich sein könnte. Eine Haushälterin. Die würde ich nicht nehmen. Warum? Sie hat einen schlechten Ruf, die Frau. Auf alle Fälle war sie nie verheiratet. Das arme Kind. Sie ist immer allein. Die Frauen wollen nicht, dass die Kinder mit ihm spielen. So ist es halt in einem kleinen Dorf. Das kann ich mir vorstellen. Wo arbeitet die Frau? In der Papierfabrik bei der Mühle. Danke. Mein Name ist Mate. Kann ich Sie sprechen? Ja, bitte. Was wünschen Sie von mir? Ich habe das alte Haus mit der Tankstelle da oben an der Landstraße gemietet. Ich bin allein. Ich würde Sie gerne engagieren als Haushälterin. Vielleicht könnten Sie mir auch mit der Tankstelle behilflich sein. Natürlich können Sie oben mit Ihrem Kind wohnen. Ich würde Sie gut bezahlen. Ich weiß nicht. Ich habe meine Arbeit in der Fabrik. Acht Stunden täglich, nicht? Ja. Aber keine schwere Arbeit. Mami. Ich habe Ihr kleines Mädchen auf den Nachmittag beobachtet. Wir sprachen miteinander. Annemarie war sehr lieb, nur sie schien mir ein bisschen traurig. Ernst? Ein wenig einsam. Ist nicht sehr gut für ein Kind. Da oben bei mir würde Annemarie mehr von ihrer Mutter haben. Glauben Sie nicht auch? Aber die Schule. Die Landstraße ist doch vier Kilometer weit von hier. Daran habe ich auch gedacht. Es würde mir nichts ausmachen, das Kind in die Schule zu bringen und mittags wieder nach Hause. Warum haben Sie sich ausgerechnet an mich gewandt? Weil sie mir empfohlen wurden. Ich empfohlen? Ja. Man hat mir gesagt, Sie seien eine alleinstehende Frau, die arbeitet und alles für ihr Kind tut. Man hat mich empfohlen. Ich heiße Helle. Frau Helle. Wohin kommt der Turm? Turm? Es hat keinen Turm. Aber es muss doch einen Turm haben. Nein, das ist nicht mehr modern. Häuser werden heute nicht mehr mit Türmen gebaut. Ich möchte gerne einen Turm. Na ja, einen kleinen Turm wird es natürlich auch haben. Hier kommt der Zaun bis hier. Zaun. Hm. Und dann kann ich mit Deiner Marieterin spazieren gehen. Herr Matthei. Herr Matthei. Er will 50 Liter, aber ich weiß nicht, wo man es hineintut. Na, das wird sich schon feststellen lassen. Bekannte von Ihnen? Nein. Ich dachte nur. Ja, spreche ich mit dem Herrn Gemeindeschreiber? Ja, es handelt sich um eine Erbschaftsangelegenheit. Hier spricht Rechtsanwalt Hygi. In Ihrer Gemeinde lebt ein Herr Friedrich Kramer. Richtig. Nach meinen Angaben ist er unverheiratet. Aha. Ach, er hat sogar drei kleine Kinder. Ach, dann ist er bestimmt nicht der Betreffende. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, guten Abend. Guten Abend, Herr Meier. Hier spricht der Vater des kleinen Fritz. Meine Frau sagte mir, dass unsere Kinder zusammen ins Kino gegangen sind. Wie bitte? Ach, er ist erst eineinhalb Jahre. Oh, da muss das ja ein Irrtum sein. Da wird er ja kaum ins Kino gehen. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja, ja, dann... Möchten Sie... Soll ich den Kaffee hier hinaufbringen, oder...? Sie haben gehorcht, Frau Heller. Ich habe nicht gehorcht. Ich habe nur gehört. Ich suche einen Mann, der keine Kinder hat. Ja, das begreife ich. Kleine Kinder kann er nicht haben. Sie sind mir keine Erklärung schuldig. Ich werde den Kaffee unten nehmen, Frau Heller. Herr Pfarrer. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Sie wissen gar nicht, wie froh ich bin, dass Sie sich der Frau Heller angenommen haben und der kleinen Anne-Marie. Das waren so einsame Menschen. Ich bin froh, dass Sie da sind. Sie sehen aber gar nicht so froh aus. Sie haben Sorgen, nicht wahr? Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Nein, das kann niemand. Sehen Sie, Herr Pfarrer, ich komme mir vor wie ein Narr. Ich warte auf etwas und manchmal denke ich mir, dass ich auf etwas warte, was vielleicht gar nicht kommen kann. Ja, ich weiß natürlich nicht, auf was Sie warten, aber vielleicht hat das einen Grund, dass es uns kommt. Setti, manchmal ist gerade das, auf das wir mit Sehnsucht warten, nicht das Gute, auf das wir hoffen, sondern etwas Schreckliches. Ich warte auch auf etwas Schreckliches. Anne-Marie! Anne-Marie! Komm, komm bitte herauf. Ich möchte nicht, dass du da unten spielst. Aber da unten ist das Schloss vom Dornröschen. Es gibt da kein Schloss vom Dornröschen. Ich meine, wenigstens ist es da unten nicht. Komm. Was lachst du so blöd? Ich lache da gar nicht. Könnte ich mir noch ein Stück nehmen? Ich muss morgen noch mal nach Zürich. Warum? Wieso? Die Etiketten vom 49er sind ausgegangen und die müssen morgen die 500 Flaschen liefern. Warum hast du die nicht heute mitgenommen? Da habe ich es noch nicht gewusst. Bleib! Ja? Aber ich habe doch Kinder. Franz und Albert, die sind nicht da. Warum? Haben die was angestellt? Dann verstehe ich nicht, warum Sie anrufen. Bitte. Was war? Geht dich nichts an. Das sind nicht deine Kinder. Frau Heller, wo ist Anne-Marie? Ich habe sie ins Dorf geschickt. Brot kaufen. Aber das braucht das Kind doch nicht. Ich habe ihnen doch gesagt, dass ich mit dem Wagen... Ich weiß. Aber ich habe es halt auf der Liste heute vergessen. Ich möchte es nicht, Frau Heller. Aber Herr Mattei, sie ist nicht mehr so klein. Das ist gut für das Kind. Ich will es trotzdem nicht, Frau Heller. Grüß dich, bist du ein Zauberer? Oh, ein großer Zauberer. Lieber, lieber Zauberer, zauber noch mehr. Was soll ich dir denn zaubern? Ein Schloss wieder zum Dornröchen mit vielen Türmen. Oh. Ja, nicht heute. Vielleicht morgen. Wirst du bestimmt wiederkommen. Jeden Tag, wenn du nur zauberst. Ich werde zaubern, bestimmt. Aber du darfst es niemandem sagen. Niemanden? Niemanden. Wenn du jemandem nur ein Wort sagst, dann kann ich nicht zaubern. Sag es bestimmt, keine Mütte. Ich schwöre. Sieh mal an, der Bundspecht. Schöner, neuer Wagen. Schon bezahlt? Herr Kommissar, diesmal ist wirklich alles in bester Ordnung. Seit dem letzten Mal. Wie viel? Acht Monate. Wie viel Benzin? Nach Belieben, Herr Kommissar. Geschäfte gehen schlecht. Machen wir voll. Wie Sie wünschen, Herr Kommissar. Hast du deinen Wirkungskreis vom Kanton Zürich nach Graubünden verlegt? Aber, Herr Kommissar... Ich kann mir schon denken, dass dir Zürich ein bisschen zu heiß geworden ist, was? 1680. Ja, ist schon recht. Verzeihung, Herr Kommissar, das ist mir nur so rausgerutscht. Oh bitte, bitte, ein Trinkgeld ist mir immer willkommen. Soll ich die Scheibe auch putzen? Und wenn ich alle Bilder habe, bekomme ich einen Haufen Schokolade. So einen Haufen. Hast du schon die Schularbeiten gemacht? Ich dachte, nach dem Abendbrot. Nach dem Abendbrot wird schlafen gegangen. Jetzt. Onkel Matei, weißt du, wie viel vier mal sieben ist? Ich schon, aber weißt du es? Ja, aber ich will, dass du es sagst. Nicht so machen. Bitte. Voll ein heller. Wie viel ist zweimal sieben? 14. Erstklassig. Wie viel ist dreimal sieben? 21. Erstklassig. Nun können Sie mir auch sagen, Fräulein Heller, wie viel ist denn 21 und sieben? 27. Schäm dich, du dummes Ding. Na ja, es war ja beinahe richtig. Jeder kann sich mal um eins irren. 28. Erstklassig, Fräulein Heller. Anna-Marie. Anna-Marie hat heute Schokoladebilder eingeklebt. Haben Sie ihr diese Bilder geschenkt? Nein. Ein Mann hat es ihr gegeben. So hat sie es mir erzählt. Ein Mann? Wann war das? Heute. Was hat sie erzählt? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie von der Polizei sind? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie von der Polizei sind? Weil ich nicht mehr bei der Polizei bin und weil es Sie nichts angeht, Frau Heller. Herr Mattei, jeden Abend diese Telefongespräche. Immer fragen Sie nach Kindern. Was geht hier vor? Nichts. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich nicht meinetwegen. Haben Sie etwas mit meinem Kind vor? Sie brauchen keine Angst zu haben wegen Anna-Marie. Ich habe morgen früh etwas zu tun außerhalb. Bitte seien Sie so gut und besauen Sie die Tankstelle. Ich bin spätestens morgen Mittag wieder zurück. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum bist du nicht in der Schule? Heute war keine. Keine Schule? Und wo warst du? Im Dorf. Das glaube ich denn nicht. Ich habe dich gesehen. Du bist da oben aus dem Wald gekommen. Ich war im Dorf. Komm, steig ein. Von wem hast du die Schokolade bekommen? Von einem Mädchen. Anna-Marie, wer hat dir die Schokolade gegeben? Ich habe es gesagt. Ein Mädchen. Das Mädchen, mit dem du gespielt hast? Ja. Gut. Dann komm. Dann wollen wir jetzt zu dem Mädchen hinfahren, nicht? Und du wirst mir zeigen, wo du gespielt hast. Du willst nicht kommen? Wirst du mir jetzt nicht die Wahrheit sagen. Hm? Hat dir ein Mann die Schokolade gegeben? Ein großer Mann. Anna-Marie, schon. Du musst mir jetzt sagen, wer dir die Schokolade gegeben hat. Sieh mal, ich kannte mal ein Mädchen, so eins wie du. Dem hat auch ein großer Mann Schokolade gegeben, die aussah wie kleine Igel. Und dann ist das Mädchen mit dem großen Mann in den Wald gegangen. Und dann hat der große Mann dem Mädchen sehr weh getan. Du lügst. Annemarie, du musst mir die Wahrheit sagen. Ich will doch nur, dass dir nichts Böses geschieht. Ich hab dich doch gern. Ich hab den Zauberer gegeben. Ach, ein Zauberer hat dir die Schokolade gegeben? Ich darf es nicht sagen, sonst kann ich morgen nicht zaubern. Ja, dann darfst du auch mit niemandem darüber sprechen. Geh jetzt in dein Zimmer. Wo zaubert er denn? Im Wald. Danke. 91, 91, 91, 49. Schrott. Packen Sie Ihre Sache nicht. Ich reise Sie jetzt sofort ins Dorf zurück, in Ihr altes Haus. Sie nehmen Ihr Kind mit. Lassen Sie es nicht aus den Augen. Was soll das heißen? Ich möchte im Moment nicht darüber sprechen. Ich will aber, dass Sie darüber sprechen, Herr Doktor. Ich hab ein Recht darauf. Es ist mein Kind. Sie müssen weg von hier, weil ich das Leben Ihres Kindes nicht mehr länger aufs Spiel setzen kann. Nicht mehr länger? Das Leben meines Kindes haben Sie aufs Spiel gesetzt? Frau Heller, Annemarie hat von einem unbekannten Mann Schokolade bekommen. Ich bin überzeugt, dass sie sich um den gleichen Handel, der vor mehreren Monaten ein Mädchen in einen Wald gelockt und getötet hat. Herr Doktor Mattei, haben Sie Annemarie und mich in Ihr Haus genommen, um diesen Mörder zu finden? Ja. Ich wollte es anders. Aber ich habe einen Fehler begangen. Man kann kein Kind dauernd überwachen, wie ich es mir vorgestellt habe. Annemarie hat sie mit dem Mörder ohne mein Wissen getroffen. Ich weiß nicht einmal, wie oft. Dass nichts passiert ist, ist ein Zufall. Annemarie war also so etwas wie ein Köder. Ich musste den Mörder finden. Es gab keinen anderen Weg, ihn in eine Falle zu locken. Und er ist in diese Falle gegangen. Wissen Sie, dass dieses Kind Sie liebt? Wissen Sie, dass dieses Kind Sie liebt? Unverständlich? Wie muss Ihr Matter hier? Ich möchte den Kommandanten sprechen. Basel? Ist Leute an Fäller im Dienst? Dann geben Sie mir Weber, seine Assistenten, Fräulein. Ja, Weber? Ja, ich bin es. Hör mal zu, mein Junge. Was ich dir jetzt sage, musst du sofort Fäller mitteilen. Es ist sehr wichtig und dringend. Nimm einen Bleistift. Notiere. Wagenschlüssel werde ich dir wegnehmen. Dann kannst du hübsch zu Hause bleiben. Schluss mit dem Spazierfahren und Geld ausgeben. Ist ja das Einzige, was du im Sinn hast. Geld, Geld. Immer nur Geld. Mein Geld! Als ich noch dein Chauffeur war, habe ich dich mehr geklastet. Mach's aber nützlicher! Gedemütigt. Erniedrigt. Von einer Frau. Wieder einmal. Von seiner Frau. Von abgrundtiefem Hass und den unbeziehbaren Drang, wieder töten zu müssen getrieben, fährt Schrott mit einem Rasiermesser bewaffnet zum ausgemachten Treffpunkt von Anne-Marie und ihm. Das versteckte Waldstück unterhalb der Tankstelle. Dort angekommen, kämpft sich Schrott mit seinem Kasperle durchs Geäst. Als er sein Ziel erreicht hat, erwartet ihn dort das unerwartete Grau. Auf dem laubbedeckten Boden liegt der scheinbar reglose Körper eines kleinen Mädchens. Vom Schrecken gelähmt erblickt Schrott plötzlich ein Mann, der hinter einem Baum hervortritt. Es ist Dr. Matthei. Blindfurt stürzt sich der Wahnsinnige mit dem Rasiermesser auf Matthei und verletzt ihn an der Hand. Schüsse fallen. Schrott bricht getroffen zusammen. Versteckte Polizisten tauchen auf und versorgen die Verletzten. Schrott und die am Boden liegende Fensterpuppe werden fortgetragen. Ruhe! Keine Bewegung! Das Kind darf es nicht sehen. Anna-Marie ist dem mörderischen Zauberer Schrott nur knapp entkommen. Glücklich und erleichtert schließt Frau Heller ihre kleine Tochter in die Arme. Nur das Kasperle erinnert an den wahnsinnigen, sauernden Igelriesen Schrott, welches Matthei in seiner blutenden Hand hält. Untertitelung des ZDF, 2020